So! Habt ihr auch geiiiieiiei! Ich hab ja gesagt, ich hol mir sein Enfield, die kleinen Note. Dann schau ich, dass ich so schnell wie möglich aufs Office-Gebäude raufkomm, weil dort gibt's Loot noch und nöcher. Was? Zuppen-Budan im Club? Ja, aber nicht. Nur bist du gelähmt. Haus. Oh ey, und ich kann schon nicht looten. Scheiß Skimbug, wirklich. Was? Skinfuck? Skinfuck, ja, kennst du? Facemagic, eyla. Facemagic! Achso, was, die Rechten können nicht looten. Skinbug, okay. Nein, immer wenn ich diesen Scheiß Level 2 Bandit Skin hab, dann kann ich keine Leute mehr looten, wenn ich's da abgeht. Ah, er hat so ne schöne, er hat so ein schönes Reel. Das ist kein Bug, das ist ein Feature-Haus. Du brauchst kein Equipment, du bist schon Bandit. Eigentlich, wenn du Bandit Level 3 Amor hast, fallen sie automatisch tot um, sobald du 10 Meter an sie rankommst. Ja, eigentlich bräuchte ich kein Equipment. Die Bestrafung, weil du Bandit bist, wenn du Held bist, kannst du wahrscheinlich die... äh, andere looten noch bevor sie tot sind. Du kannst ihnen einfach die Waffe auf Hand nehmen. Also auf 500 Meter Distanz hast du Open Alice Pack. Profil. Und du kannst es sogar aufmachen während dem Laufen. Äh, du kannst während dem Laufen die Waffe wechseln. Ich hatte vorhin, bevor wir den Fail hatten mit dem Auto... Ist jetzt noch wer bei der... beim Fail Office? Na urne. Nein, ich bin jetzt gerade am Weg, dass ich da irgendwie hinkomm. Was ist bevor ihr was hat? Es muss aber um eine AKM, nicht jede Menge Max. Wie wir losgefahren sind von der letzten Station Richtung Daniel... ...hatte ich gerade... hatte ich gerade das Inventar offen... ...von dem Auto, wie du losgefahren bist. Und ich bin aber drinnen gesessen. Ich frage mich nicht, wie. Und ich hab dann einfach... Von Backseat? Jaja, aber ich... aber während du gefahren bist... Ich hab das Inventar aufgemacht, du bist losgefahren, ich hab den Reifen reingeschmissen hinten... ...hab mir das Essen rausgeholt und hab das Essen noch essen können. Was, du hast das Essen-Auto essen können? Ja, der weiß, er kann auch geboten, wo es im Livestream gezeigt. Vielleicht, weil ich das Inventar aufgemacht habe, bevor... ...wir losgefahren sind, hat er nicht ganz gecheckt... ...dass wir schon in Bewegung sind und dass das eigentlich nicht gehen sollte. Das war voll Hero, oder? Oh! Aber ich spawn und guck an die Decke, oder? Was geht mir ab? Guck mich, oder? Guck mich, oder? Guck mich, oder? Guck mich, oder? Alter, komm! Krass, gibst du meinen Hader und stirbt nicht? Jaaa... Das kenn ich, oder? Jetzt auch. Du hast, du gibst Hader und nixiert. Ja, recht. Und wo seid ihr, Mitro? Äh, ja, vor... ...von Mikroschlitze, oder? Ich hab meine neue... ...nach, keine Knack-Urlo-Schlitze. Mitro-Schlitze-Hort. Makroschlitze, Alter. Das heißt Mitro, nicht Mikro, oder du noch. Ich glaub, sie funktioniert, dass wir nur Resetten überall. Weil dann könnte man theoretisch, wenn man Military-Ding plündert, kann man einfach alles Resetten lassen. Ah, scheiße, der hat gewischt. Ich hasse es, ich hasse es wirklich. Achso, bist du jetzt Oma Süleman? Was ist, was ist mit der Scheiße los? Ist er selber mächtig? Marco, hast du einen langen roten Haar mit Double Barrel? Ah, nein. Winches. Ich heiz dem... Ich heiz dem Typen dreimal in den Kopf. Aber langen roten Haar mit dem Vor? Oh, bist du im Vorwort, Marco? Das hatte ich auch schon mal. Ich heiz dem Typen dreimal in den Kopf. Okay, er hat gemütlich Zeit, mich umzuheizen und sich zu bandagieren. Das ist so eine Frechheit. Ich hab wieder da dich geschossen, Entschuldigung. Unter dir ist der Zucker. Bleib stehen, bleib stehen. Nein, er war ein weiblicher. Ein Glück, dass du so ein Scheißschütze bist. Alter, ich hab nur 10% verloren. Was heißt Scheißschütze? Ich hab dich im Laufen erwischt. Das ist echt so fail. Er hat mich im Laufen erwischt. Daniel ist gelaufen, aber nicht er. Ich bin auch gelaufen. Nein, im Laufen kannst du nicht schließen. Nein, das will ich gern sehen, genau. Bei der Art Engine, wie du schaffst, den Laufen zu reifen. Im Gehen. Im Gehen halt. Ja. Ich check's nicht. Ich check's wirklich nicht. Jetzt... Ich heiz zwei Leute um, sterb und krieg zweimal die Humanity abzogen. Und komme auch nicht weiter als 6500 minus. Du musst den Hero umbringen. Komplett verpackte Dreckscheiße. Ja, wie willst du einen Hero finden? Wer soll in dem fucking Spiel ein Hero sein, ganz ehrlich? Kommt zu mir, ich knall dich ein paar Mal ab. Ist das cheesy? Geh, komm, das kann's nicht sein, dass in der Scheiß... Ich hab's ehrlich gesagt, du versorgst Daniel mit Plus Humanity und er versorgt dich mit Minus Humanity. Wir brauchen uns nur die ganze Zeit gegenseitig umbringen. Wir haben jetzt schon eine Differenz. Du bist Bandit, das heißt bei mir geht's ins Plus, bei dir geht's ins Minus. Ich will aber Daniel auch ein paar Header geben. Ja, ich will Daniel auch Header geben. Wisst ihr wie krank das ist? Ja, ich war fast 18 Jahre jung, und jetzt, was mir wurscht ist, will mir jeder Head geben, Alter. Da vorne. Ehrlich. Gebiete, spawnt da endlich mal was, Alter, das gibt's ja nicht. Ich will mich jetzt eh ausloggen. Mit gleich Bier und Hero, Alter. The fuck, jetzt teizt mich irgendwer um, während ich ins Windows raustape, oder was? Ist dein Ernst? Ja, warum tappst du auch? Da hat gerade eben jemand eine Smogrenade geworfen. Vom Plattenbau. Ja. Du siehst sogar die Wurfbahn. Stell dich nur neben mir ab. Ich lieg am Boden und kann mich nicht bewegen, und der Typ schafft's nicht, mich abzuknallen. Ist das ein verdannter Ernst? Ähm, das ist normal. Er versucht wahrscheinlich in den Kopf zu schießen, aber der Header kiegt dich nicht mehr. Ja, aber ich kann mich auch nicht bewegen. Wenn ich mich bewegen kann, würde ich aufstehen und den Typen niederschießen. Geh rauf. Oh mein Gott, der hat einen Stimmenverzerrer, wäre ich jetzt gerade von einem elfjährigen Umkehr, oder was? Nein. Wurscht, ich lag mich aus. Kann mich herumflanschen, wenn er will. Klanne, bist du im Plattenbau? Ja. Enjoy! Wer hat dich eigentlich der V-Heizcheck? Ich hab keine Ahnung, wie der Klanne hat. Oh, ich renne in die fucking Fire Station hier rein, in diesem Fort von Mitroschlitze, und das spawnt nichts. Ja, Marco hat's gerade erst vorher gelootet, es kann sein, dass noch nicht resettet ist. Dann loote ich einfach die vielen Kreuze, die hier sind. Oh, ich glaube das ist noch, ja, das ist dein Loot. His name was Seth. He, hat's eigentlich gehört, dass die zwei von Bohemia Interactive wieder draußen sind? Ja, ja, dass vor, glaube ich, einer Woche oder so sind sie rausgekommen. Irgendwie auf eine unfette Koalition hin. Machst du ihn da hin? Nein. Oh, scheiß, zuckte. Achso, wie ein Karma, drei Geschichten. Ja, voll. Ich dachte, du bist reingegangen. Ja, 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 aber ich bin noch nicht ganz oben, oder? Ich geh vorsichtig rauf. Ich hab ´ne Ramping gefunden, ohne Mune. War er in diesem Dorf spawnd nie irgendwo was. Wolle ich vorgehen? Na, 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 warte. Ich bin grad am weg zum letzten Stopperkhor. Na, 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 na. Badzmaaainn. Radlman. Es ist der Badzmaaan. Check, hast du die neuen Screenshots auch schon reingezogen? Nein, uhr nicht! So, ich renne jetzt noch halbier zu Fire Station, da hätte ich gespawnt, oder dann wäre ich sauer. Aber so richtig, Alter, weißt du eh mit Bläschen. Das ist ja ekelhaft, Alter. Boah, Alter. Was machst du mal? Ich boxe nicht. Alter, ist das Game Grafik? Was? Okay, der hat sich entscheidend aus, da ist keiner. Erste Screenshots in-game, oder? Jaja, voll. Da demonstrieren sie die Wette-Effekte und so. Er ist gerade auf Höhe von der... Was? Blanche-Effekte? Nein, das erste Bild ist ein Bild vom Rocket, mit einem von denen die rauskommen sind, ist im Schnee stehen. Ich gehe in der Police Station. Okay. Das war noch gut, ich gehe in der Realität. Auf der alten Schule lief noch immer der ganze Loot um. Chancen. Ja. Ciao. User disconnected from your channel. Weil er nicht mehr in der Kirche ist, was gespawnt. Irgendwas fehlt hier gerade ordentlich. Hat der Server jetzt von kurzem geresettet, oder? Ja. Oh, Server restart now. Ich sehe es gerade. Ja. Okay. Great. Du kannst jetzt mal umschauen. So wie kann ihn wenigstens keiner jetzt umkrazen. Oh, da werden Leichen beschändigt. Bis zum Schluss. Das ist ein Moose. Gut, ich hab schon ein Message received. Ich geh mal kurz beasten, ich bin in 2 Minuten wieder da. Wo bist du? 10.000er ping. Das ist gut. Okay. Ja, 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 ja. Roman war heute kurz da und hat sich gedacht, oh, wir spielen wieder Faizy. Na voll, hey, ist ja reingekommen so, hm, und schaut sich kurz um und ist wieder weg. Na, Server, geht er schon wieder? Na, Uhr nicht, Alter. Ich glaube, jetzt geht's wieder. Ja, jetzt fühlt sich's langsam. Ja, Schatz wegen... ... und Uhr. ... und Uhr. Wait for host, ja. Bleibt mir eh nix anderes übrig, oder? Oh, jetzt kommen schon wieder diese Kiddies, die... ... rung spammen. No, ich hab den. Ich hab den. Salvation City. Fuck you. Ja, der Luis, bist der, der Haus umgeheizt hat, oder? Ja, der Luis, bist der, der Haus umgeheizt hat, oder? Der hat wirklich einen Stimmverzerrer an, oder? Ich bock die Leute nicht. Mach's wieder an? Stimmverzerrer, mein Ass, okay. Aber es haben gerade der U-002 und der US-001 auch Reset. Was? Die haben alle zur selben Zeit Reset. Die laufen alle nach dem selben. Na, der hat 0-0-3 und der 0-0-4 nicht. Was, 0-0-Hero? 0-0-Hero. Google, Google, Hero, Werder. Oh, mein Pingis wieder so hart. Echt? Echt? Ja, davor war Jäger 200. Jetzt ist er runter auf 48 und 7. Oder 47. Oh, da geht noch's. Jetzt muss ich Speedtest machen. Und dabei 5,5,5. 5,5,5. Oh, einer. Speedtest. Gibt's nur Speedtest? Gibt's nur Speedtest? Gibt's auch Herrl. Test und Cranktest, Heiler. Öh. Er ist wieder da. Alter, wer heißt Gogal? Ich bin Gogal. Ja, aber er ist nicht Gogal. Er ist Gogal. Ja, aber jetzt haben wir schon für einen Moment gedacht, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass es irgendwen gibt, der auch Gogal kennt, oder? Hero, Personal, Gogal. Ich bin nicht Prinz Goro, ich bin Prinz Gogal. Hop, 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 hop. Hop an Gogal-Style. Hop an Knadel-Style. Flanschen Gogal-Style. Hey, sexy Knödel. Oh, oh, oh. Erst Prämek, ich schicke dir dann den Link von diesem Schweizer-Burm, der auf seine Knödel abfährt, oder? Oh, das? Es gibt so einen Song von so einem 14-jährigen aus der Schweiz, ich glaube, aus der Schweiz oder aus Deutschland, der singt wie gerne seine, 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 seine. Oh nein, nicht aus der Schweiz, sondern ein Deutscher, genau, weil er liebt seine bayerischen Knödel. Knödel singt er halt, aber es ist einfach so ob der Song, oder? Hab ich das gesehen? Er hat auch einen Pfeil auf die Seite, oder? Bist du teppert echt. Sobald es nicht so hirnbrannt ist wie dieses Scheiß. Wie heißt's? Bimbo-Style? Oder war's jetzt da grad so? Die ist... Harlem Bimbo-Style. Sag mal. Wie heißt's? Fuck. Ich dachte, das... Wie kann das Video lustig wär, wenn sie Affen auf NSD gefilmt hätten, und g'sagt hätten, die haben die Musik gemacht. Ja, das... Passt. Ja. Aber das... Streamers hat schon wieder ein Problem mit DC. Nein. DC hat ein Problem mit dem Stream-Style. Ich renne jetzt zum hundertsten Mal in die Scheiß-Weiß-Tation-Line. Ich spawne noch immer nix rein. Ich bin der Scheiß-AK oder der Hure? Nein. Oh! Du hast gespawnt. Halt. AKM liegt da im Office-Gebäude in Mitroschlitze. RPK-Munition. Ich werd Depp-Arbeitern. RPK. Oh! Was ist das AKM? Nein! SA-58! Oh! Ich stehe! Alter, wieso ist bei mir das reingesucht? Wenn du... Wenn du reinlaugst? Nein, nein. Der Stream nimmt mir nur zentral den Scheiß und voll reingesucht. Kann ich denn nicht beantworten? Kann ich denn nicht beantworten? Da ist einer von euch was für Mags, die 58er frisst? Nein. Der sehe ich nicht. Oh! Scheiße! Oua! Da... Was für ein Fälder aus. Wer schießt da mit ner Liege ein Fielt? das war ich einmal nur oder wie ja da ist ein tschech backpack außerhalb von hatte kann ich nehmen oder wie geil ist das ok die ss achtung schutz sie verwendet mal auf alle fälle nicht die epic harmony er sollte ich habe ein tschechpack gefunden ich schaffe von plattenbau direkt zum office building okay der ganze loot ist gone durch ein server reset gott geschossen ich bin jetzt in die police station auf der hat nämlich aus der richtung hat einer geschossen mit einer dinks in der shotgun winchester er war das von der winchester in einem plattenbau der jetzt genau gegenüber vom eingang vom hotel ist ich habe unseren killer aus wenn nicht wo erster plattenbau von der polizei station wenn man es ange ist die erste plattenbau das müsste er sein der direkt in meinem ist hallo ja 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 passt i am running also direkt genau gegen von der von der bus station ist bei der police station oder meinst du den genau neben der bus station stimmt genau genau neben der bus station stimmt genau ok ich bin gegenüber von der bus station passt weil ich bin ein rechts davon die lea entfield auf einen meter distanz seid ihr in der nahe vom supermarkt nein nein bei der schule nein ich habe gerade gesagt wo ich bin ich habe gerade gesagt wo ich bin ich habe gerade gesagt wo ich bin wir sind polisten also marco ist bei der police station und ich bin beim plattenbau ein weiter rein in die stadt von der police station aus na gut na gut ich komme gerade von dem vorort auf euch zu ich bin jetzt gleich beim supermarkt ich schaue dort kurz ein ob da irgendwer ist ok ich setze jetzt über von meinem plattenbau in den gegenüber von der bus station und ich habe aggro gezogen ich bin im mittelstopp Daniel ein rocker mit der anfield im ersten im ersten wo ich dir gesagt dass er ist ok na dann bin ich dann bin ich noch einen plattenbau achso du bist das ich bin das ich bin das ok ich habe leider keine muni für sich ok ihr hört ich ich hier den rauf mit dem akkroch egal was passiert ich werde ihn nur zum bluten bringen wenn ich sterbe rennst du rauf und heizst ihm alles rein was du hast ja geh geh vorsichtig rein das ist genau rückwärts bleib unten bleib unten er soll dich nicht sehen ich geh ins stockwerk unter der team weil wenn ich dort stehen bleib wo ich jetzt bin bin ich fair game ich renne jetzt gleich rein hm ich wünsche mir glück er ist gefrost ich werde irgendwen glaube ich aus eurer richtung heizen er schießt irgendeiner mit einem winchester cannot fire er ist nicht hier ok gibt es loot oben nein ja warte ein 45er meck und ein revolver da steck ich mir ein ich nehme sie es schießt einer direkt bei der police station mp5 ja ok ich bin vorne bei den fenstern ich zur alten schule zur police station und zum hotel schauen kann ok ok erst eurer leo jetzt echt daniel ruck ihn nicht ich weiß dass er in diesem platte war das heißt er hat sich ausgelockt und droht wahrscheinlich dass wir innerhalb der nächsten 5 Minuten wieder reinziehen aber wir warten erst raus ok ja jack soll halt auch kommen ich sage mal weil er hat einen dma welchen plattenbaut seid ihr her der erste bei der buchstätte der der wirklich genau parallel zum office gebäude steht also der eingang ist wirklich parallel und in einer linie mit dem seitegang von der alten schule die busstation beim großen platz vorm hotel äh nein nein eine busstation weiter die busstation die zwischen schule und alter schule und police station ist ich versuche hinzukommen ich hoffe ich werde jetzt nicht umkreuzen nach kreuzung die straße die runter kommt zwischen alter schule und hotel nach der kreuzung der erste plattenbau die jetzt eine fülle das eine fülle die Ah, da bist du es. Seht ihr mich, oder? Nö. Marco und ich sind im obersten Ocken schon rüber zur Police Station und zur Schule. Also die Platten baut direkt an der Straße? Direkt an der Straße, genau. Ich komm jetzt rein. Jo, ich sag's dir, ich sperr dich gleich ein. Bei der Police Station sind grad Zutten gespawnt. Seht ihr ganz oben beide? Mhm. Ah, seht ihr das? Ja. Bist du das mit der Enfield Jimbo? Natürlich. Ja. Ich bin im Hauptarm oben drinnen. Check Backpack und Remington. Aber keine Muni für die Remington. Ja, ich hab auch keine Muni für die Esa. Wo soll der Typ da oben sein? Finde ein Bloodpack. Der Typ hat von hier oben. Und hier oben hat er geschossen. Banzi, hast du vielleicht ein Bloodpack stecken? Nein. Hier rüber ins alte Schulgebäude. Ins Polizeigebäude? Nein, 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 ins alte Schulgebäude. Also gerade über die Straße rüber. Ach so, ins alte Office-Gebäude meinst du? Ja, ja. Fürs Schulgebäude auch. Warten bis die Zutte über die Straße ist. Lass mich vor, denn Daniel. Ich renne schon. Ich geh gleich rauf in den ersten Stopp. Ich renne ins Hotel gegenüber. Ich will nur sehen, ob's dort Muni oder liegen. Okay, hier ist nix. Ja, alles Bound hat gelegentlich auch Muni. Das war ich, das war ich. Wow, wer ist da oben? Er ist oben, er ist oben, er ist oben, er ist im obersten Stock. Aber er hat mich nicht erwischt. Hat er dich geduldet? Nein, P5. Oh, zute. Hat er dich geduldet? Nein, 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 nein. Ich bin hinter dir. Pantasier dich, Pantasier dich. Ja, ja, kill die Zutte. Nein, nein. In welchem Stock seid ihr? Habt ihr ihn gesehen? Er ist gerade oben. Sieh mich. Oh, er heizt auf mich. Weg, weg! Ich kann, ich pantasier mich gerade. Alter, wenn ich mich vom St... ins Wasser haue, müsste ich sterben, oder? Ich hab ihn getroffen. Gib dir Painkillers. Pantasier mich, pantasier mich. Ich bin mit dem Bord. Ich bleibe da von außen auf's Gebäude rauf. Du blutest nicht. Jack, wenn ich mich vom Steg ins Wasser haue, dann sterbe ich, oder? Äh, ja. Das bin ich. Dann kann mich wenigstens keiner looten, sicht in dir. Ich knall die Zutte ab. Wer ist von euch im obersten Stockwerk? Im obersten Stockwerk ist der Typ. Oh fuck! Herzlichen Zutte! Ich kann nicht! Er kommt runter zu euch! Ja, wir sind froh. Ich wollte auf die Hatchet weggeln und ich konnte die Scheiß-Tings nicht droppen. Ich bin tot, er ist mit der Empower-Mission, natürlich. Okay, für mich war's das. Oh, Alter, ich jag ihm drei Magazine rein und hab ich ihn? Ja. Dolle down. Bin gleich da. Der fuck, oder? Hast du ihn getötet? Hm? Bin getötet. Jimmy. Alle gestorben. Ich bin getötet. Das wäre eh dieser, äh, ja genau, Le Wisp. Der mit dieser Kiddy-Stimme, der die Leute trollt, der auch den Haus umkerzt hat. Ich hab mich ins Wasser geschützt vom urhohen Steg und lebe. Ich hab nicht mal Damage getötet. Ja, anscheinend. Ja, es kann sein, dass wir es irgendwann mal gepatcht haben. Weil ich weiß nicht, wie ich das erste Mal zufällig... von einem Steg gelaufen bin. Wie ich gerade mit der Altsicht so nach hinten schaue. Und ich renne in Elektro vom Steg, aber draußen am Steg. Wo das Wasser ganz sicher tief ist. Und ich renne vom Steg runter, fliege drei Meter tief, knall aufs Wasser und bin instant tot. Aber ich kann sein, dass das irgendwie ein Bug war. Ja, das Spiel ist. Bewusst ist. Im Wasser. Dreibegrat. Kannst da mal in den Stream rennen. Boah. Hehehe. Hort. Das war jetzt wirklich Fail. Aber womit hat er gefeuert? Das hab ich nicht raushören können. Okay. Weil ich bin außen rum gelaufen, klettere die Leiter hoch und sehe gerade wie er von der Makarov, oder was auch immer er für eine Handfeuerwaffe hatte, switcht auf das MG und euch zu euch runter rennen. Oder was ist eh schon zu spät. Ja, ich wollte auf die Head wechseln, aber ich habe ja den scheiß Remington einstecken gehabt. Aber hast du ihn getötet, Jakob? Jaja. Okay. Weil er ist runtergekommen, hat noch kurz auf euch gefeuert, wie ich um die Ecke komme. Und ich habe dann versucht, wie heißt das, auf seine Birne zu zielen. Nur mein Jar war voll am Zittern. Ich habe ihm einfach einen Makarov-Mag in den Rücken gejagt, schnell reloaded. Bis er seinem gear reloaded hat, habe ich nochmal ein ganzes Magazin in ihn verheizt. Und er hat dann zweimal auf mich geschossen, oder dreimal, und ich war instant tot. Aber er auch. Was meine ich, das hasse ich, diese Scheiße, oder du jagst jemanden zwei Magazine rein, er hat noch Zeit sich um zu drehen, zwei Schuss abzugeben, und dann ist er natürlich tot. Ja, und du auch, Kurt. Ich gehe zur Feuerwehrstation. Na ja, wenn es schnell genug bist, kannst du ins Office-Gebäude reinrennen, ich würde nicht in die Feuerwehrstation, sondern renn rein ins Office-Gebäude und hol dir sein Equipment. Was für Munizium Rostov? Was für Munizium Rostov? Ah, Schniakow wieder bei der A gefunden. Hm? Ja, Fefe ist. Creatical Restrictions, Ernst. Nice. Du bist. Schon wieder hacken. Wirklich? Was für Fail Restrictions, oder? Okay, das würde erklären, warum ich fertig geladen habe, aber dass ich nichts tut. Oh, jeder, das Game failed in der Gegend rum, das gibt es ja nicht. Nein, das ist bei mir schon das Essen. Das heißt, ich gehe gleich drauf, außer. Ich bin doch immer im Wasser, immer nicht dort. Naja, ich wollte ins Wasser stürzen, um mich zu killen, habe es aber überlebt, und jetzt darf ich am Hafen entlang bis zum Strand schwimmen. Weil hier gibt es noch keine Fail-Leitern, die hochführen. Naja, du kannst einfach schwimmen, halt bei einer gewissen Entfernung vom Strand stirbst du dir automatisch. Geht kommen, oi, da stirbt doch einfach nur. Ich weiß, und da hinten ist noch die Insel, also die Entfernung ist sicher doppelt so groß, wie wenn ich an Lunge bin. Ich könnte auch hier einfach warten, bis ich nicht mehr hungere. Oh, ja. Oh, ja. Oh, ja.